Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute der... Ich bin der Montreau. Genau, der Montreau. Katka wird ausgebildet. Der Einbare. Ach, ich wollte mal gucken, ob ich meinen Namen ändern kann. Ich bin immer noch Bart Vlad. Äh, weiß ich gar nicht, ob man sowas kann. Vladimir Putin. So, Vladimir, Vladimir. So. Ich find's cool, die Frau ist grad mit im Raum, aber man hört sie nicht. Welche? Deine oder meine? Meine? Ja, deine hab ich grad gehört. Meine hast du gehört? Mhm. Schöne Grüße. Soll ich grüßen, Frau? Grüße zurück. Ach, sehr schön. Gleich mal erklären, wie es war. Ob sie erfolgreich war. Jaja, bestimmt. Sumpfig. Erfolgreich. So. Sind wir hier alleine? Hm, also ich bin hier, komischerweise. Achso, ihr seid da alle da vorne. Wir sind Katka. Ja, ich bin ein bisschen zu früh ab, runter. Egal. Kann ich in Ruhe alles sammeln? Wir können ja auch in Katka ruhig sammeln. Alles leer. Ja. Kein Feind. Noch nicht. Geb auf da. Auf da, auf da. Ohne Dreierweste. Porno. Vierfache Visieren. Jetzt noch, ja, Visiere und noch ein Hälmchen. Dann wär's ein Träumchen. Helmchen und Träumchen. So. Ohne Flash. Auch mitnehmen. Machen wir unseren Kollegen mal Angst. Ich hab keinen Platz, weil ich keinen Rucksack finde. So, Bolzen hab ich schon wieder einen Haufen. Fuff ich. Fast 80. Aber so viel brauch ich ja meistens nie. Nee. Zwei Schuss hinten war's das. Ja. Ach, hier war schon einer drin. Es ist schlampig das Gebäude. Ausgekundschaftet. Ja. So ist das. Aber wir sind ja schon fast durch mit Katka. Die sind ja echt schnell. Also ich bin mit meinem Däufchen hier auch durch. Fast. Und kein Giddy gefunden. Ja, die haben hier fast alles liegen gelassen. Ah doch, hier Flash. Lassen sie auch liegen. Ja. Also ich fand jetzt in einem Turm zum Beispiel die Geschichte war ja ganz praktisch. Aber das waren richtige Granate, ne? Ja, klar. Hätte ich noch eine Flash gehabt, hätte ich auch reingeworfen. So, die rennt schon weiter. Hm. Kommst du dann in unsere Richtung? Ja, ich komme zurück. Okay. Ich geh jetzt hier nochmal die Häuser gucken. Hm. Ich glaube, bis ich da bin bei den Kollegen, da kriege ich eh nix ab. Boah, 128 Pfeile. Ich kann die liegen lassen. Ich brauche keine mehr. 3er Rucksack. Praktisch, da passen ja auch hunderte von Pfeile rein. Oder Walzen. Ich kann auch noch mehr mitnehmen. Sehr viele alles mitnehmen. Aber ich habe irgendwann noch keinen Gilly gefunden. Ne, ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die anderen das haben. Die sind so weit vorne. Und du musst langsam kommen. Der Kreis ist schon der nächste, ne? Also... Hm, bin unterwegs. Ja. Äh, ein Kollege wurde gerade... Er wurde danach geschossen? Ja. Hier gibt's Action. Ich höre schon nach Soren. Wir sind auf jeden Fall entdeckt worden. Hm. Von meiner Richtung sehe ich nichts. Helf doch dem armen Kellner hoch. Ich glaube, es ist nur einer. Der ist schon wieder in dir geschossen worden. Was macht ihr da? Krieg. Ich sehe nichts. Es muss alles auf der anderen Seite sein. Alles Richtung Süden, Südosten. Jetzt sind zwei down. Du musst mal helfen da. Ich treff den nicht. Oh nein. Anna ist hin. Ich kann noch schlechter mit dem Armbrust umgehen als du. Jetzt ist einer leider tot. Hinterm Haus. Aber einer ist hin. Und wo waren die? Der war... Hier und sein... Hast du irgendwas getötet? Klar. Ja, okay. Nix mitgekriegt hier. Ja, leider war es halt zu spät. Ich hab den echt... Paarmal daneben geballert. Das ist ärgerlich. Ja, kenn ich. Schade, dass er gestorben ist. Es war auch nur einer, ey. Hält einer in der ganzen Dreiergruppe auf. Aber der war gut. Die hüpfen auch ab und zu immer. Ja, ich hab heute oder gestern... Gestern Morgen hab ich's getestet mal alleine zu spielen. Ey, ich hab da mehrere Minuten gewartet. Ich kam nicht rein. Ich hab das zweimal gemacht. Ich kam nicht alleine rein. Echt? Okay, hier hat der auf jeden Fall gelootet, der Typ. Na, ich renn mal oben in den Turm rein. Da ist die Tür auf die Tür zu. Ne, der hat alle Türen zugemacht. So wie's aussieht. So wie's aussieht. Der macht's ja genau wie ich. Innen ist alles auf. Boah, dann weiter, ne? Jo, wo müssen wir? Der Kreis kommt schon wieder. Jo, wir laufen schon in Kreisrichtung. Mhm. Gut, chinky wär das nächste. Aber erstmal da die Häuser da am Rand. Das Haus, was du da hast, ist auch interessant. Könntest du aber noch durch looten, wenn du Zeit hast. Aber wir haben ja Zeit. Jaja, ja. Du gehst gleich hoch, ja? Mhm. Dann guck ich mal unten ganz schnell. Unten Adrenalin-Spritze. Jo. Ein Dreier-Rucksack oben. Falls du noch mehr Platz brauchst. Kann ich gebrauchen? Oben auf dem Scheißhaus. Scheißhaus, wo bist du? Hab ich. Ich nehm mich nicht durch. Hast du was zu heilen? Also, Energy und so? Ne. Ey. Sprichst du mal aus dem kackten Fenster. So, raus. So, raus. Und, siehst du schon Feinde? Türen sind offen. So, schiften wir! Fangt schon. Und hier hab die Das ist doch schon mal vor der 1965這個是 erstmal gehen. also hören tue ich nichts die sind wahrscheinlich weiter wahrscheinlich hilft ja nix ja ich glaube die halle und so herrn alles gelootet wahrscheinlich eine weste haste 1 so guten 1er lag hier auch ich glaube hier will unser kollege der unaussprechliche eine runde beten ich gehe mal hoch ich hab oben lag ja auch mal ein bisschen loot ne ja loot brauchen wir doch nicht mehr doch ich da ist es nämlich ENERGY da hatte ich dich gefragt da brauchst du was ich habe 3 energy 2 schmerzmittel halt dich mal voll mach ich doch gerade ich hab sonst noch was wenn du was brauchst sollte erstmal reichen ein paar bolzen man kann ja nie genug haben hm also die türen sind offen aber ich sehe niemanden irgendwie rumwuseln hast du geschossen? hm hast du ziel ich will mal gucken über die ne ne ich will mal nur wissen wie die pfeile fliegen problem ist dass die verschwenden ich weiß nicht wo sie landen ja das sag ich doch man erkennt nicht wo sie sind er rennt rechts lang hm unser ich nenne ihn jetzt einfach horst weil seinen namen kann ich nicht aussprechen HOKKA ne ne ich nenne ihn Horst folgen wir mal Horst aber wir sind auch gar nicht mehr im Kreis scheiße ja deswegen geht er da runter ne gut dass wir Horst haben und hopp ne das ist ein Gebüsch niemanden der aus der Stadt raus läuft außer wie Idioten aber wir laufen auch quasi die ganze Zeit den Kreis hinterher ne hm ah ich glaub der wird im Haus bleiben ne ne der loot da oben und gieriger ich will auch looten du bist gierig du hast doch schon alles ne ne Energy hier erste Hilfe liegt hier unten noch ne brauchst du was hab ich dich gefragt nein grade nicht aber mitnehmen ja mitnehmen wird doch schlecht kann man doch nicht nutzen zwei Schuss und du bist tot ich musste mal in Deckung gehen na sag grad der richtige Pfeile Magnet ne ja gaff die aus dem Fenster gaffi gaffi naja gucken ob was aus der Stadt kommt aber ich seh auch nichts ja ich guck mal aus der anderen Richtung aber also also die haben alle übelsten Respekt vor Horst wahrscheinlich dass sie wegrennen stimmt oh du schießt oh ja jetzt hab ich rausgefunden ja also ich muss so hoch damit ich da hinten ankomme ja du scheiße also kräftig hoch zählen ne ja also auf weiter entfernen aber auf jeden Fall kräftig hoch zählen auf Nahkampf kräftig runter zählen das ist halt das dumme wenn die Pfeile sich quasi auflösen in der Entfernung was hast du denn für ein Visier? äh 2er ok mehr nicht ja vierfach hast du so ein paar Anzeigen drinne ja vom Höhenmessung hat das ganz gut funktioniert gerade wie gesagt bei World of Warships mach ich auch viel durchschätzen aber da seh ich ja auch wo die Kugeln hinfliegen wenn ich's dir baller weißt naja ist halt der Pfeil ist echt verschwunden vor allem der macht ja beim Einschlag noch nicht mal irgendwie Staub oder sowas du siehst ja gar nichts also ich weiß nicht ob das vom Feuer auch so war aber ich hab ja nie die Ambrust benutzt also da hab ich die meine Pistole benutzt ja naja die Kugeln da siehst du den Einschlag so so das ist schon ein kleiner Kreis ja sind doch nur 18 am Leben und es töten sich ein paar so ich bin nochmal gespannt was aus Pochinki kommt da vorne seh ich welche 75 zwei Stück haben wen getötet naja er ist aber ziemlich offen da sie sind immer noch da bei 75 hinter den Bäumen jetzt 75 80 Ja, wir werden beschossen Ah, ich glaube von oben auch Von 150, 150 auf dem Hügel Ja, ja, wir sehen Drüber Headshot, er hat mich getroffen, richtig Wo bist du, am Baum? Ja, ja Achso, du bist noch am Leben, okay Ich bin noch am Leben Die Typen vom Hügel Also ich glaube, einfach rumlaufen Und hüpfen ist besser, als Sich irgendwo zu verstecken Ich weiß nicht, was Horst macht Ich werf ihn am Olli Und ich ne Blends Und noch einer Wissen die Leute wenigstens, wo was ist Was war das? Blends Aber ich seh keinen Scheiße Die Typen laufen runter, den Berg runter Ah, da Wops Komm, Ziele Ich treffe überhaupt nichts Ich sowieso nicht Also auf der Entfernung Muss aufpassen, da rechts an den Häusern Ist auch noch einer hingelaufen Das sind drei Leute noch Horst kommt wieder zu uns Guter Horst Oh, ich hab einen abgekriegt Eieieieieiei Mach doch sowas nicht Hau ich mir doch glatt mal Adrenalin rein Oh, hinter uns, hinter uns Hinter uns auf dem Ah, die kommen in den Hügel wieder hoch, ne? Okay Wie wir grad geschossen haben Und hinter uns sind auch noch welche Da hinten auf dem Berg Ah Fetzig Am Bäumchen Sind, glaub ich, außerhalb des Kreises Da müssen wir mal aufpassen Wegen unseren Leuten Da rechts, ne? Einmal weiter Horst hinterher Also der Typ da hinten Ist definitiv außerhalb des Kreises Wenn der Kreis dann losgeht Ja Ich beschiesse den einfach ein bisschen Einfach in die Richtung Der hat da Angst Braut sich nicht in unsere Richtung Und wird dann vom Kreis gefickt So meine ideale Vorstellung Das sind aber zwei, ne? Ja, ich glaube mindestens Ja, eins Beide hinterm Baum jetzt, ne? Ich hab keine Ahnung Ob ich überhaupt treffe In die Nähe kommen Nee Ich treff gar nichts Also ich weiß nicht Also Überhaupt nicht Oh, da hat jemand eine Granate So, die Leute sind da hinten Die wir gerade beschossen haben Die laufen den Hügel hinter 50 lang 60, 75 Da ist aber immer noch einer Da ist aber immer noch einer hinterm Baum Ja, echt? Immer noch? Hm, da ist immer noch einer hinterm Baum Dann ist einer da geblieben Ja, hast recht Dann versucht uns da einer zu umrunden Kann ich mal hier auf Horstposition Dann müsste er bald kommen Ich hab keine Ahnung Ob die Pfeile ankommen oder nicht Ja, der eine ist jetzt bei 85 Ich weiß nicht, was der vorhat Unsere beiden Freunde rechts Ach, wir sind nur mitten im Kreis, ne? Mhm Nicht schlecht Ja, gute Runde Jetzt nebeln sie sich ein da hinten Ja, wie gerade? Der eine ist da noch Irgendwo am Rand langgelaufen Der Zwei Leute bei Genau Osten Haben mich erwischt Ich muss mich kurz heilen Bitte, bitte, bitte Jo, mach mal Scheiße, tot Äh, umgekippt bin ich Wo bist du da oben? Boah, du bist aber auch mitten oben auf dem Berg, ey Ja, da hinten kommt Alles kommt Wir werden beschottet Er greift an Er greift an Ja, ich hab Nee, bei 75 anderen Gegner Ja, ich bin doch dabei Okay, okay Ich hab Ich bin auch Fuck, 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 fuck Horst, mach das Horst Scheiß auf uns Überlebe Horst, du mach das Ich krieg trotzdem schon mal einen Kreis Ja, bleib da oben auf dem Kreis rein Sind wir nicht im Kreis drin? Äh, nee, ich glaube jetzt schon Na doch, wir sind direkt am Kreis Und? Nee, Horst, heil uns nicht Kämpf, kämpf Horst, wir sind Deckung Wir decken dich Sind zwei Mann Ah, der eine wurde ausgenockt Der links Links ist noch einer Links Horst, nein Da kommt auch noch rechts einer Horst, du bist umzingelt Horst, mach die Platz Oh, der ist Ich greif den an Ich greif den an Komm her, du Komm her, du Aber er ist außerhalb des Kreises Ja, bleib da Bleib da Du Ich Halte dich auf, du Ich halte dich auf Los, Horst Nahkampf Nahkampf, Horst Horst, hinter dir Hinter dir Nein, nein, tu das nicht Lauf, kämpf Kämpf, Horst Das ist der letzte Das ist der letzte Horst Das ist der letzte Mach den Platz Du schaffst das Horst Yeah Horst Horst ist der Beste Ich liebe dich Du bist der Geilste Überlebt, Mann Überlebt mit Horst Ich nenne die Folge Es lebe Horst Horst der Killer Ich werde den Spielernamen reinschreiben Also, der war gut Der war nicht schlecht Der war gut Es lebe Horst Ich hab nicht ein erwischt Nicht eingetötet Ich habe Killpunkte 10 Und ein Trefferpunkt Ich hab 0, 0 Ich hab nichts gemacht Nichts Nichts, ja War eine echt gute Runde Wenn die Runde euch gefallen hat Leute Lasst ein Like da Und ein Abo Und ich weiß nicht Wie der Spieler hieß Horst Wenn du das siehst Kommitiere mit uns Ich will mit dir spielen Du bist gut Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao